einen wunderschönen guten morgen da ist auch euer harry hörsch die alternative zum lücken fernsehen zum lücken tv ja es gibt was neues es gibt eine telegramm infogruppe da könnt ihr eure flyer rein posten von veranstaltungen und vielleicht taucht euer micha dort auf und berichtet im rahmen des grundgesetzes artikel 5 von deutschland ich sage danke für eure stunden unterstützung danke für eure hilfe in diesem sinne cheerio euer micha